Entsage, lasse los. Das ist die Botschaft von Mutter Kali. Was du es nicht selbst entsagst, das wird dir genommen werden. Wo du freiwillig bereit bist, loszulassen, das kann dir nicht genommen werden. Sei dir bewusst, du bist auf diese Welt gekommen ohne etwas, du wirst auch wieder ohne etwas gehen. Du bist nackt gekommen, du bist nackt gegangen. Nichts kannst du mitnehmen. Manches wird dir weggenommen, manches gibt freiwillig auf. Übe dich darin, bewusst zu entsagen, lebe ein einfaches Leben, hänge an nichts, mache dein Glück von nichts abhängig. So wirst du glücklich sein.